Mit dem GOB-Gewünscht, viele von Ihnen wissen das ja bereits und profitieren auch immer wieder von besonderen GOB-Leistungen. Guten Abend miteinander. Mit dem GOB-Gewünscht, dem Satz werden Sie den nächsten Tag noch hin und da begegnen. Und falls Sie jetzt noch nicht GOB-Mitglied oder Leser der GOB-Zeitung sind, dann empfehlen wir Ihnen die Extra-Zeitung, die in diesen Tagen allen GOB-Läden aufliegt, ein bisschen genauer zu studieren. Eine GOB-Mitgliedschaft bietet nämlich ausschliesslich Vorteile, zum Beispiel bei regionalen Theatervorstellungen, Konzerten oder anderen Veranstaltungen. Auf dem Mitglieder-Anlageheft der Genossenschaftlichen Zentralbank, da kommen Sie einen Vorzugszins über. Sie können günstige Reisen, Ausflüge und Ferien machen und natürlich wird Ihnen auch jede Woche kostenlos die neue GOB-Zeitung ins Haus zugestellt. Die GOB-Zeitung, die seit ein paar Wochen in diesem handlichen Format und farbig erscheint, ist ein richtiges Konsumentenmagazin, wo Sie über Trends aus Politik, Wirtschaft und Kultur informiert, wo Ihnen Konsumententipps gibt und wo selbstverständlich die aktuellen Angebote enthalten. Wie man GOB-Mitglied wird, möchten Sie gerne wissen. Ganz einfach, den Talon aus der Wettbewerbszeitung ausfüllen und einwerfen. Und jetzt passen Sie auf, 1000 Preise gibt es zu gewinnen. Familienwinterferien oder ein Ski-Weekend in St. Moritz, Rundreise-Bilett mit der SBB und dem Glacier-Express, Anlagensparheft von der Genossenschaftlichen Zentralbank und viele Waren-Gutschi. Sie sehen, mit dem GOB-Günsch. Es ist wieder Fondue-Zeit und darum offeriert Ihnen GOB-Käsabteilung diese Fondue-Mischung und fixfertige Fondue zu besonders günstigen Preisen. Schweizer Raclette-Käse am Stuck und in Scheiben bekommen Sie ebenfalls zu Aktionspreisen. Das Zubehör wie Geschirr, Gacquelin und das Rochon finden Sie wieder in schöner Auswahl in Ihrem GOB-Warenhaus. Und was Sie morgen zum Beispiel zum Mittag kochen können, das erfahren Sie jetzt aus der Studioküche. Bei GOB finden Sie zur Zeit ein grosses Angebot an inländischem Fenchel. Schweizer Gemüse braucht keinen langen Transport, ist darum noch schneller in den Läden und Sie kaufen einen Erdbefrisch ein. Der Fenchel ist jetzt günstig und es gibt viele glatte Rezepte, die nicht viel Arbeit geben. Fenchel Napoli zum Beispiel. Hier kochen man die Fenchelknollen halbieren, im Salzwasser kochen und in eine Gratinform verteilen. Eine Sauce aus frischen Tomaten drüber gessen und dann Mozzarella-Scheiben drauflegen. Jetzt im heissen Ofen 15 bis 20 Minuten überbachen. Und dann kann man diesen Fenchel Napoli in der Form direkt servieren. Detail und verschiedene Informationen über gesunde Fenchel entnehmen Sie durch die GOB-Zeitung von dieser Woche. Viel Spass! Das wäre es wieder einmal gewesen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen noch einen schönen Abend. Gerade anschliessend kommen noch die GOB-Aktionen und denken Sie daran mit GOB-Gewünsch. Zum Anfang der aktuelle Preisschlager. Den praktischen Postpannschleifer finden Sie in allen GOB-Deut Yourself für nur 149 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOB Middingonfitüre, jedes Glas an 300 bis 450 Gramm, 40 Rappen günstiger. Gala-Eierteigware, Spiralen und Spätzli, zwei Packer 500 Gramm, statt 3,20 nur 2,60. Drei Dösli-Knorr-Aromatwürze, statt 3,15 für nur 2,45. Matschi-Flüssige-Würze, 250 Gramm, statt 3,10 nur 2,20. Hundenahrung, Frohlig mit Rind, anderthalb Kilo, statt 5,70 nur 4,60. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag ein GOB-Butter-Zoppe, 400 Gramm, statt 2,80 für nur 2,30. 600 Gramm, statt 4,20 nur 3,40. Schweizer Tafelöpfel, jede Tragtasche an zweieinhalb Kilo, 1 Franken günstiger. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!